Ihr habt vielleicht schon mal im Zusammenhang mit eurem Studium was von Credits gehört. Credits sind dazu da, Fächer nach ihrem Aufwand zu bewerten. Jedes Semester müsst ihr auf etwa 30 Credits kommen, damit ihr am Ende, das heißt nach sieben Semestern, dann die benötigten 210 Credits zusammen habt. Nicht alle Fächer sind gleich aufwendig und deshalb werden die dann auch unterschiedlich gewertet. Als Beispiel haben wir Human Computer Interaction, das hat drei Credits und grafische Bediennummerflächen hat sieben Credits. Die beiden Fächer gehören zwar zum selben Modul, das grafische Bediennummerflächen ist aber mehr als doppelt so stark gewichtet. Im Studium hat eure tägliche Arbeitszeit ungefähr acht Stunden. Das ist wie wenn ihr im Büro arbeitet von 9 bis 17 Uhr. Pro Credit habt ihr einen Aufwand von 25 bis 30 Stunden. Wenn ihr jetzt die sieben Credits von grafische Bediennummerflächen nehmt, dann entspricht das 210 Stunden, was dann 26 Arbeitstage in etwa sind. Ihr bekommt Credits für jedes Fach, ob es jetzt Klausuren sind, Projektarbeiten, euer Praktikum oder das Praxissemester. Solltet ihr die Hochschule wechseln wollen, könnt ihr mit den Credits nachweisen, welche Leistung ihr schon erbracht habt. Da müsst ihr die Fächer nicht nochmal belegen. Klausuren